Seid mir gegrüßt, meine lieben Couch-Kino-Spezialisten und führt euch herzlichst zu einer neuen Folge Kino to go empfangen. Gleich vorweg, heute kommen eher die Vielseher- oder B-Film-Action-Verehrer auf ihre Kosten bei uns. Daneben haben wir aber auch noch etwas für alle David Bowie-Fans und Freunde der etwas anspruchsvolleren, aber vor allen Dingen exzessiven Gesellschaftssatire. In diesem Sinne ganz viel Vergnügen. Was tun Sie? Wovon leben Sie? Oh, ich bin viel auf Reisen. Und ich wollte nur noch sagen, Vorsicht Auto, aber hätt's ja sowieso nicht mehr gehört. Leider. Ein wunderbares Wiedersehen mit dem noch viel wunderbareren David Bowie gibt's bei Kino to go. Und natürlich noch viel mehr bei fredcarpet.com. Und ja, wir kommen. Und ja, wir können uns mit dem Video kommen. Und jetzt gehen wir mal weiter.